Stimmen. Ich rammte meinen Kopf gegen die Wand. Ich wollte diese Stimmen für immer loswerden. Sie waren der Grund, warum mein Leben nicht mehr so war, wie es einmal war. Und sie machten alles kaputt. Jede Beziehung, jede Freundschaft, einfach alles ging durch sie kaputt. Und es reichte mir jetzt endgültig. Keiner konnte mir helfen. Alle waren gegangen. Und ich stand alleine da. Aber es sollte nun alles ein Ende haben. Niemand hat getrubert. Niemand war für mich da. Und sie gingen einfach alle ohne ein Wort des Abschieds. Weil die Welt einfach grauenhaft geworden ist. Und die Menschen auch. Und somit hämmere ich meinen Kopf weiter gegen die Wand. Bis ich nicht mehr weiß, ob ich lebe oder eben nicht. Aber ich hoffe, dass alles vorbei ist. Und ich hoffe, dass alles vorbei ist, dass alles vorbei ist. Untertitelung des ZDF, 2020